1. Gute Nacht, mein Liebling, flüsterte Silvana leise. Gute Nacht, Mama, antwortete Merle schläfrig. Es würde nicht lange dauern, bis ihre fünfjährige Tochter einschliefe. Danach könnte nichts mehr die Kleine wecken. Merle war im Gegensatz zu ihr mit einem tiefen Schlaf gesegnet. Silvana ging ins Wohnzimmer und schloss die Tür. Aus dem Babyphone drang die Melodie der Spieluhr, die im Bett direkt neben Merles Kopf lag. Silvana lauschte für ein paar Sekunden den beruhigenden Tön. Ihre süße Tochter würde ihr auch heute keinen Strich durch die Rechnung machen. Seit Stunden fieberte sie diesem Teil des Abends entgegen, dem Höhepunkt ihres Tages, der ihr ansonsten nicht viel geboten hatte. Der Ärger mit dem Amt wegen des defekten Trockners, für den sie keinen Reparaturzuschuss bekam, war der Tiefpunkt gewesen. Oder doch eher, dass die Krankenkasse ihre Mutter-Kind-Kur abgelehnt hatte? Wie immer hatten sich alle Instanzen gegen sie verschworen. Vielleicht hatte ihr Chatpartner ein paar Tipps für sie. Der Erzieher kannte sich in solchen Dingen aus. Sie schaltete den Laptop ein. Da der Prozess des Hochfahrens ziemlich lange dauerte, nutzte sie die Zeit, um sich in der Küche ein Glas Leitungswasser zu holen. Zurück am Computer startete sie den Browser und rief das Forum auf, in dem sich vor allem Alleinerziehende austauschten. Sie hätte es niemals für möglich gehalten, ausgerechnet im Internet einem Engel zu begegnen. Savannah lockte sich ein. Ob der Erzieher bereits auf sie wartete? Ihre Hoffnung erfüllte sich nicht. Neben seinem Namen wurde ein roter Punkt angezeigt. Sein letzter Login lag fast 22 Stunden zurück. Savannah öffnete das Chatfenster. Lächelnd las sie ihre gestrige Kommunikation durch. Er schaffte es, sie abwechselnd zum Schmunzeln oder lautem Lachen zu bringen. Er nutzte so witzige Formulierungen. Gegen Ende des Abends hatte der Chat einen erotischen Unterton angenommen, den sie im Nachhinein noch immer wahnsinnig spannend fand. Ob sie heute daran anknüpften? Ungeduldig wartete sie. Wo blieb er bloß? Savannah klickte auf sein Profilbild. Ein attraktiver Mann. Gutes Aussehen war ihr bei Männern nicht wichtig. Manchmal erschien es sogar hinderlich. Sie erinnerte sich an eine alte Lebensweisheit. Schöne Männer hat man nie für sich allein. Da sie selbst recht attraktiv war, hatte sie in ihrem Leben schon einige Beziehungen mit hübschen Partnern geführt. Und leider hatten sich dabei sämtliche Vorurteile bestätigt. Nie zuvor hatte sie einen Kerl kennengelernt, der einen sozialen Beruf ausübte. Die anderen waren Investmentbanker, Personal Trainer oder DJs gewesen. Bestimmt legte ein Erzieher mehr Wert auf Tiefgründigkeit. Dass er nur 30 Kilometer entfernt lebte, war ein Wink des Schicksals. Immerhin hätte er auch ganz woanders wohnen können. Eine Distanz, die sie locker unter einer Stunde bewältigen konnte, war kein Hindernis. Endlich wechselte der Punkt neben seinem Namen von rot auf grün. Ihr Herzschlag beschleunigte sich. Sie war versucht, ihm sofort zu schreiben. Doch wie es sich für eine Frau gehörte, wartete sie, ob er den ersten Schritt unternahm. Er saß in seinem Auto mit einem einsatzbereiten Laptop auf den Oberschenkeln. In diesem Moment fühlte er sich verletzlich. Jederzeit könnten Passanten vorbeischlendern, die sich später an ihn erinnerten. Trotzdem sah er keine Alternative. Das Vorgehen hatte sich bewährt. Sobald er den Film verschickte, blieben ihm nur wenige Minuten Zeit. Er konnte es sich nicht leisten, weit entfernt zu parken. Er lockte sich ins System ein. Ob sie schon lange auf ihn wartete? Zumindest war sie online. Zum letzten Mal in ihrem Leben. Heute würde er dick auftragen und genau die Worte wählen, die sie lesen wollte. Ich bin so froh, dass du online bist. Hab dich den ganzen Tag vermisst. Seit gestern Abend schwirrst du mir pausenlos im Kopf herum. Ich hab von uns beiden geträumt. Soll ich dir davon erzählen? Er schickte die Nachricht ab. Sekunden später las Silvana seine Worte. Oh Gott, flüsterte Silvana glücklich. Sie hatte den ganzen Tag Angst gehabt, er würde sich zurückziehen. Doch seine erste Nachricht deutete auf das Gegenteil hin. Wie gut du es hast. Erzähl mir bitte davon. Ich bin total neugierig. War das die richtige Erwiderung? Unsicher schickte sie die Nachricht ab. Im nächsten Moment befürchtete sie, einen Fehler begangen zu haben. Vielleicht hatte er eine viel ausführlichere Antwort erwartet. Etwas, das ihm größeres Interesse signalisierte. Wie ließ sich das wieder ausbügeln? Hektisch überlegte sie, ob ihr spontan eine coolere zweite Antwort einfiel. Doch genau in diesem Augenblick empfing sie die nächste Chat-Nachricht. Wir lagen in den Dünen. Erinnerst du dich, dass ich als Kind auf Borkum gelebt habe? Ich bin mir sicher, der Traum spielte auf der Nordseeinsel. Es war dunkel und wir waren ungestört. Kannst du dir vorstellen, was wir gemacht haben? Sie beschloss, in die Offensive zu gehen. Das kann ich mir sehr genau ausmalen. Wann hast du Zeit? Auch wenn es momentan im Dezember wohl ziemlich kalt in den Dünen wäre. Er antwortete zunächst mit einem Lachsmiley. Seine schriftliche Antwort ließ ein paar Sekunden auf sich warten. Sehr kalt und windig. Aber wie wäre es mit nächstem Sommer? Ich würde dir gern meine alte Heimat zeigen. Wow, flüsterte sie selig. Rasch tippte sie weiter. Das wäre toll. Merle hat noch nie das Meer gesehen. Du weißt ja, wie es bei mir kohlemäßig aussieht. Aber wenn wir das rechtzeitig planen, schaffe ich das. Wie würde er diesmal reagieren? Sie wollte ihm nichts vormachen. Falls er sich wirklich eine Beziehung mit ihr vorstellen konnte, durfte er nicht vergessen, dass sie Hartz IV bezog. Große Sprünge waren für sie einfach nicht drin. Das weiß ich. Deswegen wäre Brockum ideal. Wir könnten bei Freunden schlafen und hätten bloß Benzin und Überfahrtkosten. Ich würde euch dazu einladen. Außerdem könnten meine Freunde auf Merle aufpassen, während wir uns nachts rausschleichen. Oh Gott. Sie lächelte glücklich. Das klang so fantastisch. Er schien es wirklich ernst zu meinen. Eine viertel Stunde später bereitete er den nächsten Schachzug vor. Bislang hatte er Glück gehabt. Kein einziger Passant war an diesem ungemütlichen Dezembertag an seinem Auto vorbeigelaufen. Um das Schicksal nicht unnötig herauszufordern, durfte er nicht länger zögern. Allerdings würde ein zu abrupter Themenwechsel eventuell abschreckend wirken. Also musste er seine Worte sehr genau wählen. Du bist der Oberhammer. Deinetwegen habe ich gerade meinen Orangensaft verkleckert. Danke dafür. Zwinkersmiley. Ich habe geprustet vor Lachen. Ziehe mich mal eben um und mache mir eine Kleinigkeit zum Essen. Bin in zehn Minuten wieder hier. Damit du mich nicht zu sehr vermisst, füge ich ein Video ein. Das hat mir heute ein Freund weitergeleitet. Du wirst dich todlachen. Klick einfach die Datei an. Aber höre es am besten mit Kopfhörern. In dem Video sind nämlich Effekte eingebaut, die man nur mitbekommt, wenn man es über Kopfhörer hört. Außerdem besteht dann keine Gefahr, dass dein Nesthäkchen wach wird. Bis gleich. Er fügte ein Kuss-Emoji und den Link hinzu, der sie auf einen YouTube-Kanal führte. Ob sie sich an die Anweisung hielt und die Kopfhörer aufsetzte? Es würde ihm den Job erleichtern. Und er wusste aus früheren Gesprächen, dass sie abends gern in ihr Kopfhörer nutzte, um die Musik laut aufdrehen zu können. Silvana las seine Nachricht zweimal durch. Wie witzig. Hatte er sich wirklich bekleckert? Oder gab es einen anderen Grund, warum er ein paar Minuten Pause benötigte? Ihr Chat war ziemlich heiß gelaufen, denn sie hatten sich ausgemalt, wie man eine Nacht in den Dünen verbringen könnte. Zuletzt hatte sie geschrieben, ob Schafe eigentlich rotes Fell bekommen könnten. Hatte er darüber tatsächlich so herzhaft gelacht oder musste er sich anderweitig Erleichterung verschaffen? Silvana grinste. Das würde ihr gut gefallen. Er sollte ruhig wissen, dass sie in dieser Hinsicht ein absoluter Hauptgewinn war. Ihr Leben war alles andere als traumhaft, aber zumindest unter der Bettdecke besaß sie Fähigkeiten, für die manche Frauen Geld verlangten. Silvana klickte den Link an, den er ihr geschickt hatte. Ein YouTube-Video startete automatisch. Sie drückte die Pause-Taste und suchte nach den Ohrstöpseln. Zwar bestand keine Gefahr, dass Merle wach werden könnte, trotzdem hatte sie das Bedürfnis, seiner Bitte nachzukommen. Vielleicht würde er sie nach den Toneffekten fragen. Da wäre es peinlich, wenn sie nicht darauf antworten könnte. Die Kopfhörer lagen unter dem Brief der Krankenkasse. Silvana steckte sie in die Laptop-Buchse und setzte das Video fort. Die Zugriffszahl auf das Video stieg um eine Person. Damit begann sein Countdown. Rasch verließ er den Wagen und lief auf den Hauseingang zu. Aus der Hosentasche zog er ihren Haustürschlüssel. Er konnte nur hoffen, dass er tatsächlich passte, sonst wäre alles umsonst gewesen. Der Schlüssel ließ sich mühelos einführen und umdrehen. Die Haustür stand offen. Im Dunkeln schlüpfte er ins Innere und verzichtete darauf, die Flurbeleuchtung anzuschalten. Silvana und ihre Tochter lebten im zweiten Stock. Die Schuhe vor der Wohnungstür gaben ihm einen Hinweis auf die richtige Tür. Der Name am Klingelschild bestätigte das. Auch der zweite Schlüssel passte einwandfrei. Er schaute auf sein Handy. Der Film lief seit knapp zwei Minuten. Ihm blieb nur noch wenig Zeit. Silvana kicherte. Das Video war wirklich lustig. Es zeigte Kinder und den alltäglichen Wahnsinn, den man mit ihnen erlebte. Ihre kleinen und größeren Tollpatschigkeiten. Kein Wunder, dass ausgerechnet ein Erzieher einen solchen Clip weiterleitete. Ob ihm in seiner Kita ähnlich haarsträubende Dinge widerfuhren? Das musste sie ihn unbedingt fragen. Silvana schaute auf die Längenanzeige des Videos. Sieben Minuten und vier Sekunden hatte sie bereits angesehen. Der Film war also bald vorbei. Ob er danach wieder online wäre? Der nächste Schnitt Nun zeigte der Clip ein Mädchen beim Eierbemalen mit Wasserfarben. Der Blondschopf ärgerte sich über die Ratschläge der Mutter, die ihr empfahl, den Pinsel nicht bloß ins Wasser, sondern auch ins Farbkästchen zu tunken. Das Ganze gipfelte darin, dass das Mädchen sehr ernsthaft »Ich mache nur Scheiße« sagte und dabei noch ein bisschen Schwierigkeiten hatte, das »sch« auszusprechen. Wieder kicherte Silvana. Das war alles so süß. Kinder konnten ein Segen sein. gktóínchen ... ... ... ...